Ehrlich? Ja, 50 Blutworten. Geil! Oh, ich muss lesen. Ey, nein! Ich kratze ab! Ich kratze ab! Nein, warum denn? Oh, ne Chaosbombe. Oh, ne, ich hab vergessen. Oh, ich hab's vergessen. Ey, das haben wir noch nicht tot. Oh, hier liegt doch einer. Nein! Ja, du! Ich wollte eigentlich zocken, aber Pascal... Hatte keine Lust, oder wie? Ja. Naja, er hat halt... Wo ist denn da überhaupt? Lebt er noch? Ja, ich bin da. Gut. Er wollte seinen Skyrim zocken. Und da kannst du sagen, was du willst. Ja. Und Stor hat's dann immer angefangen zu reden. Ne, ich hab gleich offen hier. Ne, das war einfach mal Handspiel. Ich zocke erstmal Skyrim. Ja, war schon zu spät, irgendwie. Das kann lange dauern. Es war gar nicht so spät. Du hattest eigentlich gesagt, ja, könnte man zwei Runs machen. Und dann hab ich gesagt, ja, vielleicht drei, vier oder fünf. Haha. Du hast es gleich zu heftig gemacht. Ja. Ja. Warte mal. Scheint hinter dir. Ja, das war kurz nach meinem Schuss. Hier ist eine Kasse. Alter, die Kasse ist Gold. Was? Ich glaub, da kriegst du Blutmarken. Ehrlich? Oh. Ja, 50 Blutmarken. Geil! Das haben sie neu ins Spiel gemacht. Das hab ich ja noch nie gesehen. Cool. Ey, das ist ja nice. Die gleiche Kasse? Sieht die genauso aus? Ja, ja. Bloß Gold. Sieht edel aus. Ach, davon. In diesem scheiß Turm. Aber andere Plätze, ne? Nee. Das war auch wieder da, wo... Oder selber Raum, aber andere Orte. Ey. Es leckt an Ausdauer. Ja, und vor allem dann läuft der erstmal mir vorbei. Du hast mir jetzt auch noch mal ne Versorgungsbox, aber du bist ja voll. Ja. Wer ist das jetzt? Hier draußen. Ja. Automat. Irgendwo... Alter. Richtung Gefängnis. Aha. Ja. Hier waren schon welche? Irgendwo... Da vorne auf dem... Hof. Ja. Angezündet hier vorne. Da schießt immer noch die wahnsinnige. Ja. Oder vielleicht ist es jetzt ne Chaos-Pumpe. Ne. Wieder einer gestorben bei dir da vorne. Ja. Hier vorne. Hier hinter dem Gebäude. Die rennen grad rein. Einer zumindest. Einer ist tot. Also einen hab ich gekillt. Der liegt da hinter dem... Ich weiß. Jetzt drinnen ist einer. Der hat ein Klavier angemacht. Vor allem der hat grad den Hinriss da genommen. Ich hab ihn angehittet. Anstatt weg zu rennen. Bleibt er einfach stehen. Soll ich den Typen mal anfackeln? Mhm. Na dann sehen wir, ob das der Typ mit der Automat war oder nicht. Ich hab mich jetzt aufm Klo verstanden. Matzi hier rechts drinnen. In dem weißen Häuschen ist einer. Aber... Ah. Das war auch bei dir. Ja. Da hinten im weißen Häuschen. Achtung. Der kommt raus. Ja. Der rennt hier außen. Ah. Fuck. Der ne... Alter. Scheiße. Scheiße hat ne Tings. Ne Grauenen King. Ja. Hätte ich mal vorhin plus die Splitterbombe in diese Drecksbude reingeworfen. Oh Mann, ich bin voll in deine Splitterbombe reingegangen. Scheiße. Dich hat's erwischt mit dem Dreckding. Ja. Mist. Liegst du hinter der Mauer? Mhm. Ich komm dem nicht zu nahe, der hat ne Grauen King. Ja. Hast du noch Dynamit oder sowas? Ne, das hab ich grad reingeworfen zu ihm. Achso. Da ist er. Ja. Oh, jetzt fackelt er mich ab, der Idiot. Ja, von der Seite ist gut. Was? Ich war doch zweimal drauf. Ich hasse manchmal die Karabineransicht, ey. Er ist wieder drin in seiner Drecksbude. Ne, oder? Der läuft doch da irgendwo. Pass auf, nicht so nah. Da ist er. Sehr schön. Ja. Der Bastard. Alter, hier liegen einfach voll viele Typen. Ey. Lass dir Zeit, ich brenne nur. Ja. Ey, zwei Balken verbrannt. Alter, was ist denn da los? Hey, du. So viel Zeit hast du dir doch gar nicht gelassen. Ne. Das verstehe ich nicht. Oh, hier ist ein Schick-Arfer-Cut. Den nehme ich doch glatt. Alter. Dieses Rezappel. Ey, hat er den genommen? Er nimmt ihn nicht, Alter. Was ist denn das schon wieder für'n Scheiß? Warte mal, kann ich den nehmen? Das haben die auch nicht gefixt, oder was? Naja, ich kann den auch nicht nehmen. Ey, Richtung Boss sind schon welche. Da waren gerade ein paar Explosionen, gell? Hm. Aber so viele können ja auch nicht... Ich hab nur noch 75 HP, aber ich kann schon noch kotzen. Aber so viele können ja gar nicht mehr existieren, ne? Ne. Da lagen zwei, vier... Sechs, oder? Vier ist ein Medikin. Ich hab schon. Matze, das waren doch sechs, oder? Zwei. Also ich glaube, ich hab noch vier gelootet. Okay, dann waren's doch nur vier. Ah, schade. Hier ist ne Kasse. Der Hund verbrannter. Matze, hier ist schon wieder 50 Blutwagen. Echt? Ja. Also jetzt würde ich schon fast rausgehen. Ja. Aber das sind andere Punkte, oder? Andere Stellen, ne? Ja, da hab ich grad... An dem... An dem Ort hab ich bis jetzt noch nie eine gesehen. Mal zur Erdgeschoss. Ja. Okay. Bin ich da dran vorbeigerennt? Ne, noch weiter hinten. Auf der rechten Seite. Ah. Ach ja. Ja, jetzt gehen wir raus, Alter. Das ist jetzt... Das wir jetzt wirklich 100 Blut machen, also das ist wirklich fett. Ja. Oh, ich muss leasen. Boah. Mist. Scheiß. So schnell konnte ich nicht leiser drehen. Sorry. Kein Problem. Oh. Die lebt noch. Was? Die lebt noch? Ja. Alter. Ey, nein. Ich kratze ab. Ich kratze ab. Nein. Warum denn? Scheiße. Ey. Ey, du darfst nicht abkratzen, Alter. Sie sind ganz verknutmatig. Ey. Was für Assis. Danke. Bitte. So schnell raus, bevor jemand kommt. Ja. Und mir einen Rest gibt. Ich habe meine... Du darfst Scherbenkarten aufgebraucht. Und da kannst du halt ganz gezielt aussuchen, was du haben willst und zahlst halt nur für diesen einen Effekt zum Beispiel. Okay. Wie heißt das? Äh. Film Moria. Film Moria. Film Moria. Zu viel... Film und Moria. Zu viel härterin hier geguckt. Was? Sie sind in Moria. Ja. Eine Mine. Eine Mine. He. Irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, ja. Wo man mit der Werbung... Aber... Ja, Handy-Werbung, Alter. Das ist manchmal so... Vor allen Dingen, wie hässlich die manchmal ist. Ja, und vor allem, eine Zeit lang haben sie dir Sachen versprochen, die im Spiel überhaupt nicht drin vorkommen. Ja. Das ist ja... Die größte Sünde überhaupt. Aber so richtig, was mir auch so richtig noch auf den Sack geht, sind diese Typen hier. Oh, ich stehe hier mit meinem Lamborghini und wolltest du auch schon immer deinem eigener Herr sein. Ja. Boah, Alter. Wie viel... Ja. Wer guckt sich denn so eine Scheiße an? Und vor allen Dingen, wer glaubt diesen Affen das? Ich verstehe es nicht. Ja, genug Idiot. Genug Idiot. Ja. Effer. Aber über die macht er mich auch immer lustig. Er sagt dann immer... Ja, das ist mein KM&S. Und er sagt dann immer so, Herr Spaß. Kommt in meine WhatsApp-Gruppe. Kommt in meine WhatsApp-Gruppe. Achso. Ah, das ist... Ah, okay. Ach, daher ist das. Weil Hand of Blood hat das auch gesagt. Kommt in meine WhatsApp-Gruppe. Kommt in meine WhatsApp-Gruppe. Das haben die wahrscheinlich... Das ist bestimmt so ein Running-Gag-Grate. Ja. Ah. Ey, das haben wir noch nicht tot. Der hat mir hier glatt... Ich hab glatt zwei Palmen verloren, also. Ich brauch dringend ein Medi-Kit. Bevor wir hier auf rauere Typen stoßen. Okay. Hier ist noch eine Luftbox. Den Raum noch voll. Ey, wieso hab ich denn schon wieder eine Chaos-Bombe? Alter, was ist da los? Oh, eine Chaos-Bombe. Oh, ne. Ich hab vergessen. Oh. Ich hab's vergessen. Hast du eine Spritze vergessen mitzunehmen? Warte mal. Hab ich alles? Hab ich eine Spritze? Oh, hab ich auch bloß eine. Scheiße. Ich hab Dynamit vergessen und eine Spritze und eine zweite. Ah, schade. Scheiße. Ey, diese sind bei Sweetbell. Ich hab grad schon Querschläger gehört bei mir. Mhm. Da tobt sich aber eine Mosin aus, oder? Ja. Ja. Ja, hier waren auch schon welche. Ja. Sweetbell. 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 Ich konnte er mich töten. Oh, hier ist eine goldene Katze, Mann. Eine goldene Katze. Katze. Die Geschichte von der goldenen Katze. Von dieser Wink-Katze. Kennst du die? Ja, diese Chinesen. Ja. Diese Chinesen-Katze. Die gibt's auch im China-Laden immer. Genau. Stehen die zu Tausenden und alle winken sich einen Wolf. Ich stürme vor. Oh. Da vorne auf dem Blech. Oh, der hat mich schon gesehen. Der ist immer noch da. Alter, der hat mich aber heftig erwischt. Ey, willst du mich verarschen? Nein! Leck mich doch am Arsch, nun der Scheiß Romero, Alter. Da wird's nicht um meine grauenen King jetzt krallen, Alter. Dieses dumme Schwein. Sehr schön, dann hast du einen aufgezwiebelt. Ja. Ja. Aber sein Partner war hier unten. Oh, hier liegt doch einer. Nein! Ja, du! Alter, mit ner Armbrust. Ja, das ist ein kleines Dez. Ja, du! Ja, du! Ja, du! Na, du! Ja, du! Ja, du! Ja. Ja. Ich dachte, ich bin da, du!